Fit und gesund, das wöchentliche Gesundheitsmagazin auf DW. In unserem Studiogespräch erfahren Sie mehr über Gesundheit, Fitness, Wellness und Ernährung. Jede Woche neu, das Expertengespräch aus Fit und Gesund. Der Placebo-Effekt ist heute unser Studiothema. Bei mir ist Prof. Robert Jütte aus Stuttgart. Guten Tag, Prof. Schön, dass Sie da sind. Wir haben gesehen, Placebos wirken bei Schmerzen. Bis zu 80% Schmerzlinderung können durch Placebos ausgelöst werden. Helfen Placebos auch bei ganz anderen Erkrankungen? Ja, z.B. bei Magenschmerzen oder aber auch bei Bluthochdruck. Also eine Vielfalt. Natürlich sind die Schmerzindikationen immer die am besten dokumentierten. Aber es ist wirklich eine große Bandbreite. Wir haben eine Frage bekommen, Herr Kalafalla-Elkir aus dem Sudan. Der möchte wissen, kann man eigentlich rausbekommen, wie groß denn der Anteil einer Placebo-Wirkung an einer Medikamentenwirkung generell ist? Nach den Studien kann die von 0 bis 100 sein. Es kommt vor allen Dingen aber auch auf den kulturellen Kontext an. Das ist in Brasilien anders als in Deutschland bei dem gleichen Medikament. Was sind denn Placebos eigentlich alles? Tatsächlich nur Medikamente, die man schluckt oder spritzt? Oder sind alle Maßnahmen Placebos? Man unterscheidet die Placebo-Gabe. Das kann also eine Scheinarznei sein, kann aber auch eine Scheinbehandlung sein. Und es gibt auch die sogenannten Unreinen. Also Placebos oder Wirkstoffe, die zwar wirken, aber nicht für diese Krankheit. Und darüber hinaus gibt es natürlich, und das muss man einfach immer nochmal sagen, den Placebo-Effekt bei jeder Behandlung und auch bei einer echten Therapie. Also auch wenn ich ein ganz normales Medikament einnehme, sagen wir mal gegen Bluthochdruck, ist ein gewisser Bestandteil eine reine Placebo-Wirkung. Absolut. Und das ist auch zum Teil wieder geschlechtsabhängig. Sie können also als Frau anders darauf reagieren als eben ein Mann, zeigt die Placebo-Forschung. Kann man denn generell sagen, es gibt bestimmte Patientengruppen, die besonders gut auf Placebos reagieren? Das war lange Zeit eine Hoffnung der Pharmaindustrie, diese sogenannten Placebo-Responder, also die besonders stark darauf reagieren, auszufiltern, damit sie ihnen nicht die Studien teurer machen. Aber alles hat nichts Wirkliches gebracht. Es waren nicht die Lehrer, die besser Gebildeten, auch nicht die Frauen, sondern es ist querbeet und deswegen weiß man nicht, wer besonders darauf reagiert. Und man weiß auch gar nicht so richtig, warum ein Placebo eigentlich wirkt. Also ich denke beispielsweise an Kinder, wo ja das Pusten auf eine Wunde häufiger diesen Schmerz besser macht. Das scheint ja auch eine Placebo-Wirkung zu sein. Weiß man, was beim Placebo eigentlich wirkt? Gut, Sie können bei Erwachsenen auch pusten und es wird besser. Man hat zwei Theorien, weil genau weiß man es nicht. Und es sind zwei Mechanismen, die eine Rolle spielen. Das eine ist die Erwartungshaltung. Das kennen viele, sodass, wenn ich also glaube, dass etwas hilft, mir auch geholfen wird. Die andere, weniger bekannte Variante ist, dass auch, ich kann den Körper trainieren, konditionieren. Und wenn ich dann das Medikament weglasse, was wirkt, tritt trotzdem noch ein Effekt ein. Das ist der Konditionierungseffekt. Das Spannende ist ja tatsächlich, es gibt Studien, dass Patienten, die wissen, dass sie ein Placebo bekommen, das Placebo trotzdem noch wirkt. Lange Zeit hat man geglaubt, dass nur die Täuschung das bewirken kann. Inzwischen haben wir leider noch viel zu wenige Studien, die genau zeigen, dass selbst wenn ich dem Patienten sage, er bekommt Placebo und erkläre ihm das, es trotzdem wirkt. Haben Placebos eigentlich auch Nebenwirkungen? Also es kam ja im Film der Nocebo-Effekt zur Sprache. Ja, also ich kann die Nebenwirkungen verstärken, auch einer richtigen Arznei und das ist sozusagen das Gegenteil des Placebo-Effekts, der was Positives bewirkt. Der Nocebo-Effekt bewirkt, dass ich mir Wirkungen einbilde, die negativ sind. Neue Studien sagen jetzt, dass es tatsächlich kaum einen Unterschied gibt, ob man eine Schein-Akupunktur durchführt, also gar nicht an den Meridian-Punkten, sondern irgendwo anders im Körper Nadeln reinsticht oder ob man eine richtige Akupunktur nach traditionell chinesischen Richtlinien durchführt. Wie ist denn da jetzt Stand der Dinge? Man weiß zum Beispiel darüber hinaus, dass es auch ein Unterschied zwischen Schein-Akupunktur und Akupunktur gibt, aber nur zum Beispiel bei Kniearthrose. Bei anderen untersuchten Indikationen ist das fast gleich und manchmal ist die Schein-Akupunktur besser als die richtige Akupunktur. Und was aber wichtig ist für den Patienten, noch besser als die konventionellen Verfahren. Und deswegen haben die Krankenkassen nach dieser großen Studie gesagt, wir erstatten jetzt auch Akupunktur. Das heißt, auch die Schein-Akupunktur wirkt besser als die Tablette, die beispielsweise der Arzt mir gegen einen Knieschmerz oder einen Rückenschmerz aufschreibt. Ja, oder mehr als eine Spritze. Das ist also das Phänomen. Und es gibt ja auch noch unterschiedliche Formen von Schein-Akupunktur. Das wird aber zu kompliziert. Es gibt Nadeln, die reingehen, aber an den falschen Punkten. Und es gibt Nadeln, die also nicht hineingehen und an den richtigen Punkten. Und trotzdem gibt es immer eine Wirkung. Generell wird ja gesagt, dass bei Naturheilverfahren, also der sanften Medizin, die Selbstheilungskräfte des Körpers gestärkt werden. Was ist das eigentlich, Selbstheilungskraft? Das ist, wenn der Schnupfen in sieben Tagen vorbeigeht, mit oder ohne Arzneien. Also da, und je nachdem, wann Sie zum Arzt kommen, erzielt dann der Arzt den tollen Erfolg. Also der Placebo-Effekt hat nichts mit den Naturheilkräften zu tun, weil die sind in jedem Fall da. Man kann das noch verstärken, aber in jedem Fall nimmt die Natur ihren Lauf. Kann ich als Patient das denn selber verstärken oder muss ich unbedingt zum Arzt, der mir dann ein Placebo verordnet? Es empfiehlt sich immer abzuwarten, weil auf jeden Fall nützen Sie damit die Selbstheilungskräfte. Und wenn Sie noch eine gute Arzt-Patient-Beziehung haben, bekommen Sie noch den Placebo-Effekt obendrauf. Gibt es denn irgendwelche Momente, wo ich nicht mehr abwarten sollte? Ja, es gibt sicherlich, also wenn Sie akuten Blinddamm haben, sollten Sie also ins Krankenhaus gehen. Und auch bei einem akuten Symptom von Herzinfarkt, also da sollte man nicht zögern. Aber es gibt in der Zwischenzeit ja doch eine Menge von chronischen Krankheiten und Alterswehwehchen, wo der Placebo-Effekt, glaube ich, sehr gut eingesetzt werden kann. Also wenn der Arzt tatsächlich den Placebo-Effekt noch unterstützend nutzt, kann das denn beispielsweise meine Nachbarin auch unterstützen, indem sie sagt, ich habe da eine tolle Tablette, nimm das mal. Wirkt das denn auch als Placebo-Effekt? Ja, in der Tat, der Kontext des Arztes, aber auch der Kontext des Patienten spielt eine Rolle. Und wenn der Patient sich also zu Hause gut auf- und beraten fühlt, spielt das sicherlich eine Rolle. Wie ist das eigentlich ethisch Ihrer Sicht der Dinge nach? Also wenn ich zu einem Arzt gehe und der gibt mir ein Medikament und ich denke, das ist ein richtiger Wirkstoff, letztendlich ist es aber ein Scheinmedikament, belügt der mich da eigentlich? Die Bundesärztekammer hat vor anderthalb Jahren entsprechende Empfehlungen vorgestellt, die genau sagen, dass der Patient natürlich aufgeklärt werden muss. Aber die Frage ist, wie tief er aufgeklärt werden muss und wie er es will. Und wenn ich sage, es gibt eine Therapie, die wirkt unspezifisch, wir wissen nicht genau wie, aber sie wirkt, dann möchte ich den Patienten sehen, der Nein sagt. Das heißt, das Vertrauensverhältnis zum Arzt wird dadurch nicht gestört und ist aber auch sehr wichtig, damit ein Placebo gut wirken kann. Im Gegenteil. Also genau, ein Vertrauensverhältnis muss da sein, sonst wirkt Placebo nicht. Wie ist das mit Medikamenten, die in der Zeitung beworben werden? Wenn da besonders viel Werbung gemacht wird, wirken die denn automatisch besser? Dadurch, dass sie auch ein Placebo sind? Da gibt es wenige Studien, aber das, was ich kenne, da spielt natürlich auch die Vorstellung, etwas wirkt und es wird durch die Werbung verstärkt eine Rolle. Das ist ganz klar. Ähnlich wie die Größe der Tablette spielt natürlich auch die Werbung eine Rolle. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.